Sie gelten als die größte Bedrohung für unsere Gesundheit. Reaktive Sauerstoffspezies, besser bekannt als freie Radikale. Ist die Konzentration an Sauerstoffradikalen in unseren Zellen zu hoch, besteht oxidativer Stress und die aggressiven Radikale beginnen, wichtige Zellstrukturen wie die DNA und eine Vielzahl an Proteinen und Lipiden zu schädigen, indem sie ihnen Elektronen entziehen. Das wäre höchst problematisch, gäbe es da nicht die Retter in der Not, die Antioxidantien. Deshalb müssen wir nur möglichst viele Antioxidantien über die Nahrung in Form von Vitamin C oder Vitamin E zu uns nehmen oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, um unsere Zellen zu schützen. Die Sauerstoffradikale sind also die Bösen und die Antioxidantien die Guten. So wird es häufig dargestellt, aber ist es wirklich so einfach? Definitiv nicht. Wie so oft in der Biologie ist die Realität wesentlich komplexer. Zunächst einmal muss man sagen, dass wir in der richtigen Dosierung sogar auf Sauerstoffradikale angewiesen sind. Ohne sie würde unser Immunsystem gar nicht funktionieren. Sie werden nämlich von unseren Immunzellen gebildet, um Bakterien, Viren und Parasiten abzutönen. Genauer gesagt von neutrophilen Granulozyten und Makrophagen im Rahmen der Oxidative Burst Reaktion. Wenn das nicht funktionieren würde, hätten wir also große Probleme. Aber selbst wenn die Konzentration an Radikalen in unseren Zellen zu hoch ist, heißt das immer noch nicht, dass wir unbedingt eingreifen müssen, indem wir Antioxidantien zuführen. Unser Körper ist nämlich sehr gut daran zu erkennen, wann die Konzentration an Radikalen zu hoch ist, also oxidativer Stress vorliegt, und er hat sogar Strategien entwickelt, um sich davor zu schützen, indem er die zelluläre Widerstandsfähigkeit gegenüber oxidativen Stress erhöht. Und das funktioniert über den sogenannten KEAP1-NRF2-Signalweg. Deshalb schauen wir uns heute mal an, wie dieses Schutzsystem genau funktioniert und wie wir es gezielt aktivieren können, um gesundheitlich davon zu profitieren. Grob gesagt schützt sich der Körper vor oxidativen Stress, indem er selbst Antioxidantien bildet. Es gilt nämlich zu unterscheiden zwischen exogenen und endogenen Antioxidantien. Exogene Antioxidantien sind Substanzen wie Vitamin C oder Vitamin E, die wir von außen, also über die Nahrung, zuführen. Endogene Antioxidantien sind Substanzen wie Glutation und Katalase, die unser Körper selbst herstellt, um sich vor Sauerstoffradikalen zu schützen. Viele denken deshalb, sie tun ihrer Gesundheit etwas Gutes, wenn sie Antioxidantien hochkonzentriert in Form eines Nahrungsergänzungsmittels zu sich nehmen. Das ist aber nicht nur nicht nötig, sondern kann sogar schädlich sein. Wenn wir den Körper von außen mit Antioxidantien überschwemmen, hemmt das nämlich die natürliche Stressreaktion, die eigentlich einsetzen würde. Und das zeigt sich in dieser Studie. Hier hat man die Teilnehmer vier Wochen lang täglich Sport treiben lassen. Einer Gruppe davon hat man zusätzlich Antioxidantien verabreicht, nämlich 100 Milligramm Vitamin C und 400 internationale Einheiten Vitamin E pro Tag. Die andere Gruppe hat keine Antioxidantien bekommen. Warum hat man die Testperson hier Sport treiben lassen? Nun ja, weil körperliche Aktivität ein Faktor ist, der oxidativen Stress erzeugt. Denn wenn wir intensiv Sport treiben, ist der Energiestoffwechsel in den Mitochondrien auf einem hohen Level und es fallen vermehrt Sauerstoffradikale an. Und an dieses erhöhte Stresslevel hat sich der Körper in dem Fall auch angepasst. Sowohl bei den Teilnehmern, die zuvor schon Sport getrieben haben, als auch bei denen, die vorher nicht sportlich aktiv waren, wurde in der Muskulatur nach den vier Wochen körperlicher Aktivität verstärkt PGC1-Alpha exprimiert. Hierbei handelt es sich um ein Protein, welches die Bildung antioxidativer Enzyme in dem Mitochondrien hochreguliert. Das macht also Sinn. Beim Sport fallen mehr Sauerstoffradikale an und der Körper reagiert, indem er mehr antioxidative Enzyme bildet. Wenn wir hier aber einmal nach rechts schauen, sehen wir, dass es bei der Gruppe, die Antioxidantien verabreicht bekommen hat, schon wieder anders aussieht. Hier wurde PGC1-Alpha kaum hochreguliert. Denn PGC1-Alpha wird durch oxidativen Stress getriggert. Und wenn wir Antioxidantien von außen zuführen, blockieren wir diese Anpassungsreaktion des Körpers. Der gleiche Effekt hat sich auch direkt im Spiegel von antioxidativen Enzymen gezeigt. Hier bei Superoxid Dismutase 1 und 2 sowie bei der Glutation Peroxidase. Hier sieht man, dass die Anpassungsreaktion des Körpers bei der Vitamin C und Vitamin E Gruppe in jedem Fall deutlich geringer ausgefallen ist. Wichtig an der Stelle, es handelt sich hier um isoliertes Vitamin C und Vitamin E als Nahrungsergänzungsmittel, nicht um Antioxidantien aus unverarbeiteten Lebensmitteln. Das wollen wir also vermeiden. Es ist immer besser, wenn der Körper Antioxidantien selbst herstellt, denn diese sind wesentlich effektiver als Antioxidantien, die wir von außen zuführen. Das Entscheidende ist, dass der Körper selbst auf Stressreize, wie Sport in dem Fall, hormetisch reagiert. Das bedeutet, dass diese Stressreize eine gesundheitsfördernde Wirkung haben, weil sie die Widerstandsfähigkeit des Körpers trainieren. Wenn du mehr über das Hormesis-Prinzip erfahren möchtest, dann schau dir gerne mal das Video an, was ich dazu gedreht habe. Das verlinke ich dir mal oben rechts in den Infokarten. Hinter dem Hormesis-Prinzip steht das Prinzip der Superkompensation. Der Körper repariert also nicht nur den entstandenen Schaden, sondern rüstet sich sozusagen für die Zukunft, indem er mehr Antioxidantien produziert, als er akut benötigt. Und das ist es, was die enorme Gesundheitswirkung ausmacht. Das beste Beispiel für Hormesis ist der Muskelaufbau. Wenn wir Krafttraining betreiben, repariert der Körper ja auch nicht nur die verletzten Muskelfasern, sondern baut neue Muskulatur für die Zukunft auf. Und so kann man sich eben auch die Antwort des Körpers auf oxidativen Stress vorstellen. Schauen wir uns den Prozess aber mal an. Das Ganze läuft nämlich über den sogenannten KEAP1-NRF2-Signalweg ab. Gehen wir die Schritte einmal kurz durch. NRF2 ist ein Protein im Zytoplasma jeder Zelle, das normalerweise an ein anderes Protein namens KEAP1 gebunden ist und von ihm inaktiv gehalten wird. KEAP1 ist sozusagen das Sinnesorgan der Zelle für oxidativen Stress. Denn wenn die Zelle unter Stress gerät, wird KEAP1 stimuliert. KEAP1 phosphoryliert dann NRF2, das heißt KEAP1 überträgt eine Phosphatgruppe auf NRF2. Und das hat zur Folge, dass sich NRF2 von KEAP1 lösen kann. Es wandert dann vom Zytoplasma in den Zellkern. Dort bindet es sich an eine DNA-Sequenz, die als ARE, Antioxidative Response Element, bezeichnet wird. ARE liegt in einer sogenannten Promoter-Region von Genen. Das ist der Bereich, der direkt vor dem eigentlichen Gen liegt und zwar nicht selbst an der Transkription beteiligt ist, aber letztendlich darüber entscheidet, ob ein Gen transkribiert wird und anschließend, ob das zugehörige Protein exprimiert, also produziert wird. Und NRF2 ist eben der zugehörige Aktivator für ARE. Wenn NRF2 sich an ARE bindet, aktiviert es gesundheitsschützende Gene, welche dann für die Produktion antioxidativer Enzyme sorgen. Und so verteidigt sich die Zelle eben selbst gegen oxidativen Stress. Neben Sport, der oxidativen Stress erzeugt, können auch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe aus unserer Nahrung diesen Signalweg stimulieren. Sekundäre Pflanzenstoffe werden von Pflanzen nämlich zum Schutz vor diversen Umweltfaktoren, wie Sonnenlicht, Schädlingen und Fressfeinden gebildet. Wenn wir sekundäre Pflanzenstoffe über die Nahrung zu uns nehmen, setzen wir unsere Zellen somit auch leicht im Stress aus. Und dieser Stress erzeugt eben die antioxidative Antwort des Körpers, die wir haben wollen. Ein Pflanzenstoff, der sich dabei als besonders wirksam erwiesen hat, ist Sulforafan. Dieser Stoff kommt in Brokkoli vor und besonders hoch konzentriert in Brokkolisprossen. Nur drei Tage alte Brokkolisprossen enthalten 10 bis 100 Mal so viel Sulforafan wie die gleiche Menge der ausgewachsenen Pflanze. Insofern ist der Verzehr von Brokkolisprossen eine effektive Maßnahme, um die Zellen mit antioxidativen Enzymen zu fluten und somit den körpereigenen Zellschutz zu aktivieren. Es sind aber nicht die Brokkolisprossen selbst beziehungsweise das Sulforafan, das antioxidativ wirkt. Im Gegenteil, Sulforafan ist ein Abwehrstoff der Pflanzen, welcher unsere Zellen unter leichten Stress setzt. Dieser Stress wirkt aber hormetisch und aktiviert sozusagen unser körpereigenes antioxidatives Abwehrsystem. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.